Herzlich willkommen zu einem neuen Community-Beitrag hier auf meinem Kanal. Der Vince, unser Moderator aus der Telegram-Gruppe, stellt für euch verschiedene Charts vor und analysiert die für euch, damit ihr auch mal eine andere Perspektive erhaltet, außer die jetzt von mir. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback dem Vince gebt, wie ihr das Video findet und vor allem auch, welche Charts ihr im nächsten Video sehen wollt von ihm. Das würde mich sehr freuen. Kommt auch gerne in die Community-Gruppen rein, unter anderem hier der TA-Talk. Da diskutieren wir mit anderen Community-Mitgliedern über den aktuellen Preis und da kannst du auch gerne reinkommen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Hey Leute, willkommen bei der heutigen CoincheckTV-Kryptoanalyse. Ich bin Vince und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal Bitcoin, Ethereum und BNB an, also Platz 1, 2, 3. Und gerade bei der heutigen Bewegung müssen wir mal schauen, wie viel Wert hat das eigentlich, was da gerade passiert. Und wir gucken uns das auch gerade im Tageschart an, weil ich weiß, es sind einige Leute, die dann auch natürlich bei den roten Kerzen verunsichert sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir haben in den letzten Wochen, Monaten ganz viele rote Kerzen gesehen. Das stimmt. Allerdings haben wir jetzt auch wieder diese Seitwärtsphase, in der wir immer noch stecken. Und das lockt so die Leute. Man denkt, jetzt geht es hoch, jetzt geht es runter. Und gerade bei solchen Bewegungen jetzt, wenn wir uns das anschauen, könnte man auch wieder meinen, ah, jetzt bricht das alles zusammen. Dann höre ich die ersten Ziele, das sind 28.000 und alles, was ausgegeben wird. Wenn wir uns jetzt mal den Chart angucken, hier unten sind wir noch nicht angelangt. Das ist das Erste. Jetzt müssen wir überlegen, ja, was ist das hier eigentlich? Also wir wissen, dass es eine Seitwärtsphase ist. Seitwärtsphase ist auch immer so das Schwierigste mit, was man irgendwie traden kann. Am einfachsten ist es natürlich, man bleibt einfach weg und wartet, bis sich das ganze Ding in irgendeiner Form aufgelöst hat. Auflösen tut es sich irgendwie hier oben oder hier unten oder da oben. Und ansonsten tut der Chart halt irgendwas. Nicht nur irgendwas, sondern was, was wir jetzt hier sehen. Diese Aufwärtskanalbewegung hat sich herausgestellt als Bärenflagge. Rutscht hier unten durch, kommt hier unten runter. Aber allerdings müssen wir jetzt überlegen, ja, was passiert, wenn der Kurs jetzt hier unten durchrutscht? Wir haben hier unten horizontalen zwei Stück. Wir haben hier unten, wenn wir das Ganze jetzt hier sogar so als vielleicht Bullenflagge zeichnen, ist natürlich sehr flach. Also muss jetzt, könnte auch hier so eine Rechteckkonsolidierung sein, die wir jetzt hier sehen. Also unklar, was das genau sein soll. Die 50-Wochen-Linie kommt jetzt hier unten nochmal hoch, hatte ich das letzte Mal auch gesagt. Also sehr viel wieder Unterstützung ist hier unten bei 30.000, 31.000, so in der Gegend. Das ist das, was wirklich interessant ist. Sogar wenn er noch ein bisschen tiefer rutscht hier unten, haben wir trotzdem hier unten auch weiterhin das nächste Unterstützungscluster. Wir sehen ja hier auf der linken Seite Anfang 2021 ist der Kurs auch immer wieder nach unten durchgerutscht und konnte sich dann fangen. Das heißt, hier sehen wir hier auch unter den 30.000 immer noch, wie mit dieser Kerze, haben wir einiges jetzt an Unterstützung. Und nur weil der jetzt hier runtergekommen ist, heißt das jetzt nicht, dass er jetzt hier unten komplett irgendwie den Rohrkrepierer macht. Also die Formation arbeitet er jetzt ab. Das muss man einfach so sehen. Muss man jetzt warten, da zieht er unten durch. Ich würde auch eher darauf in kleiner Zeit spekulieren, dass er noch einen Retest macht und noch mal runterkommt. Und hier unten wäre dann für mich dann erstmal nochmal wieder die Kaufzone. Allerdings ist das die Kaufzone nicht bei Bitcoin, sondern ich würde dann weiterhin andere Coins angucken. Allerdings ist der Weg noch nach hier unten, es sieht jetzt so kurz aus, aber das ist relativ weit. Von daher ist das jetzt so ein Ding, ich würde jetzt erstmal warten, abwarten und mir dann andere Coins anschauen, wie zum Beispiel Ethereum. Hier bei Ethereum hatte ich ja gesagt, spannend fände ich hier, wenn er knapp nochmal unter die 2.000 kommt. Den Gefallen hat er uns leider nicht getan. Er ist jetzt hier an die Horizontale nochmal ran gelaufen, hat sie ein bisschen runtergespiked, ist aber nicht auf genau diese Zone hier unten runtergekommen. Schade eigentlich. Und hier oben ist ihm dann die Luft ausgegangen, hat er nicht mehr geschafft. Allerdings muss man jetzt sagen, hier haben wir einen Boden, hier haben wir einen zweiten Boden, haben wir gesagt. Hier haben wir jetzt den kleinen Breakout. Ja, wäre vielleicht schön gewesen, wenn er noch ein bisschen mehr hier an Fahrt aufgenommen hätte. Jetzt ist er hier oben schon gestockt, aber das reicht. Wenn er jetzt hier runterkommt, 200-Tage-Linie, Horizontale, ist für mich auch erstmal wieder eine Kaufzone. Klar, hier ist so ein bisschen Luft, muss man immer darauf achten. Bitcoin aber auch ein bisschen Luft. Hier bist du diesen Horizontalen oder bist du mit der 31.000er Marke und der 50-Wochen-Linie. Von daher, die Luft von Bitcoin und die Luft von Ethereum ist ähnlich gleich. Wenn der hier runterkommt, ist für mich auf jeden Fall interessant. 200-Tage-Linie, warum nicht, kann man auf jeden Fall mal probieren. Ähnliches sieht man aber auch bei BNB. Hier haben wir auch einmal einen Boden, zwei Boden. Kommt so ein bisschen hoch. Mit dem Unterschied muss man sagen, dass hier sieht es anders aus, weil schaut euch mal die Bewegung an. Er discht einmal auf, er discht zweimal auf und dann macht er so eine Bewegung hier, die nach außen hin gewölbt ist. BNB macht ein bisschen die andere Bewegung, eher so die Schale, die nach innen gewölbt ist. Macht aber nichts. Auch hier haben wir eine schöne horizontale Linie, hier unter der 315. Und an sich könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja ein aufsteigendes Dreieck mit Support von der 200-Tage-Linie. Hier haben wir nochmal den Doppelboden. Jetzt läuft er wieder zurück, jetzt kommt er hier ran und dann macht er die nächste Welle hier oben hoch. Und dann kann er auf jeden Fall nochmal an die 400 ranlaufen. Ja, why not? Also tendenziell sieht das erstmal für mich hier alles intakt aus. Gerade wenn man den Tageschart anguckt. Man muss sich nicht verrückt machen und auf die Kleinstseiteinheit gucken. Gerade wenn ihr solche Bewegungen habt und dazu neigt, nervös zu werden, guckt auf den Tageschart. Da sieht dann alles nur noch halb zu wild aus. Und wenn ihr diese Bewegung hier seht und diese Bewegung hier seht, dann ist das hier lächerlich, was hier passiert. Auch wenn wir hier trotzdem immer noch von hier minus 3%, minus 6% und minus 3% sprechen. Trotzdem ist das erstmal, ist der ausgebrochen. Sowohl hier bei BNB ist er auch immer ausgebrochen. Nicht zu stark, könnte man eher, ist schwieriger bei BNB, finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. ETH finde ich da schöner, aber hier sieht man ganz klar, ist ausgebrochen, kommt wieder zurück, findet Unterstützung. Genauso wie Bitcoin findet hier unten auch Unterstützung. Alles in allem würde ich eher das Ganze jetzt nicht allzu negativ bewerten. Ich bleibe dabei, sobald man hier unten bei Bitcoin ist, Unterstützung kaufen. Hier oben, also die Schwäche kaufen und hier oben die Stärke einfach verkaufen. So läuft das in der Seitwärtsphase. Und wenn er Lust hat, hier unten nochmal hinzulaufen, dann wäre das eher für mich nochmal ein Trading-Signal als Buy. Und wenn wir dann hier oben kommen, dann würde ich wirklich auch eher Short-Einstiege irgendwo nochmal suchen. Aber aktuell bin ich da eher ganz, ganz positiv gestimmt, auch wenn der Gesamtmarkt jetzt nochmal rot ist. Aber das sind wiederum andere Themen, fundamentale Themen, die jetzt weniger was mit dem Kryptomarkt, sondern mit dem Gesamtmarkt zu tun haben, die aber eigentlich eher gut für den Kryptomarkt sein sollen. Aber es ist ja eine Korrelation ganz klar erkennbar. Wir sind jetzt auch weiterhin in der Sommerpause drin. Da ist meistens nicht immer die meiste Bewegung. Die Leute sind jetzt weg. Die Leute schalten ihre Rechner aus, sind mit den Familien unterwegs. Und gerade wenn es dann Richtung September hingeht, dann ist es ja ganz normal, dass dann da auch wieder mehr Volumen reinkommt, wenn die Leute wieder am Markt aktiv sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt erstmal weiterhin so ein bisschen rumdümpeln. Aber so in kleinerer Zeiteinheit hatten wir ja gesagt, kann man hier was tun. Trotzdem bin ich der Fan halt immer von den großen Zeiteinheiten. Ich habe es ja letztes Mal in klein gezeigt. Hier kann man einfach längerfristig mehr agieren, gerade wenn man auch selber noch berufstätig nebenbei ist und noch andere Verpflichtungen hat. Trotzdem passt auf die Zone hier unten auf, finde ich ganz schön. Auch auf die Zone hier unten, das ist die 2040, finde ich auch gut. Und hier die 300er, wenn er sogar ein bisschen runterkommt auf die 280. Auch das ist immer noch eine Unterstützungszone. Das sind so die drei, wo man gucken kann, wenn ihr andere Coins handelt, würde ich euch eher raten, schaut auf den Chart, guckt, wenn die Unterstützungszonen hier angelaufen werden und wenn die Unterstützungszonen dann hier kommen, dann wäre das nochmal ein Fall, wo man auch an kleinere Coins dann handeln kann. Das war es mit der CoincheckTV-Kryptoanalyse. Danke fürs Zuhören und ciao bis zum nächsten Mal. Euer Vince.